heute im test von veco feuerwerk der flashbang ein salutbombenrohr mit blitzknall satz gekauft im lidl zu einem preis von 2,99€ es handelt sich hier um eine umgelabelte version der flashing thunder von veco kleine bombenrohre mit blitzknall definitiv nicht so laut wie beispielsweise sander kong von leslie oder sander king von jorge haben aber definitiv auch eine daseinsberechtigung wir haben hier eine neem von circa 18 gramm und ein bruttogewicht von circa 200 gramm das ganze verteilt auf die ganze packung logischerweise und wie man hier nochmal sieht der artikel selbst relativ kleine bombenrohre mit einer neem von circa 1,8 gramm pro bombenrohr pro flashbang würde ich sagen viel spaß beim test flashbang 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 Untertitelung des ZDF, 2020